Deutsch lernen durch Hören Oh, das tut mir leid. Haben Sie die richtige Mailadresse angegeben? Ja, natürlich. Haben Sie im Spam-Ordner nachgeschaut? Äh, Moment, ich checke das kurz. Nein, auch hier ist nichts angekommen. Seltsam. Welchen Flug haben Sie denn gebucht? Von Stuttgart nach Madrid. Okay, ich schau mal im System. Ja, ich schau mal im System. Heute Abend, sagten Sie, den Flug um 18 Uhr oder um 22 Uhr? 18 Uhr. Gut, einen Moment bitte. Frau Berling, geboren am 1. Juli 1963 aus Göppingen? Ja. Frau Link, Sie sind gebucht, es ist alles in Ordnung. Ich sende Ihnen das Ticket jetzt noch einmal zu. Soll ich das gleich aufs Handy schicken? Die Nummer sehe ich im Display. Ja, bitte. Das ist doch ein Direktflug, oder? Nein, Sie müssen in Barcelona umsteigen. Es gibt keine Direktverbindung von Stuttgart nach Madrid mit unserer Fluggesellschaft. Das hätte man mir aber gestern Abend bei der Buchung sagen können. Ich bin etwas verärgert. Können Sie mir bitte die Zeiten sagen? Gerne. Abflug Stuttgart um 18 Uhr. Ankunft Barcelona, 21.30 Uhr. Abflug Barcelona, 22.45 Uhr. Ankunft Madrid, 23.50 Uhr. Oh je, da bin ich ja ewig unterwegs. Trotzdem, Dankeschön. Gerne. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug mit Brian Air. Auf Wiederhören. Deutsch lernen durch Hören. 2. Tiranjang, 19.11 Uhr. 4. 2. 5.